Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen zu einem neuen ASMR Wokobang. Heute etwas sehr, sehr Leckeres. Und zwar einen orientalischen Herse-Teller, den ich noch mit Zwiebel angebraten habe. Das ist das Häufchen hier hinten. Und dazu noch die andere halbe Zwiebel mit einer Zucchini und Räuchertuffo und Sojasauce angebraten. Etwas Pfeffer noch dazu. Das werden wir heute essen. Und dann haben wir als Dessert einen Milchkaffee, den ich mit Hafermilch und Hornsirup gemacht habe. Wasser natürlich auch. Sehr gut. Und dann haben wir drei verschiedene Desserts zur Auswahl in Form von Keksen. Zwei davon habe ich noch nicht probiert, kenne sie noch nicht. Polsnermühle, Haferlinge, Haferlinge, Haferlinge. Und als zweite Option auch von der Polsnermühle eine saisonale Kekssorte für die Winterzeit. Dinkel, Nuss, Zimt, Sterne. Alles vegan und mit Dinkelmehl. Auf die bin ich besonders gespannt. Und dann noch diese, die ich schon mal hatte. Die kenne ich schon. Dinkel Haselnuss Cookie. Ich werde nicht alle öffnen, aber möchte mich dann erst später spontan entscheiden, was ich ausprobieren will. Und ich persönlich lebe, wenn ich Optionen habe. Ich glaube, jeder Mensch lebt Optionen. Und ja, ich freue mich jetzt ganz doll auf das Mukbang. Ich freue mich, dass so viele von euch diese Videos lieben. Bevor mein Essen zu kalt wird, lege ich jetzt auch los. Ich werde jetzt für den Essenspart eher auf den Teller fokussieren und mein Gesicht wird dadurch unschärfer, sodass man besser das Essen sieht und nicht meinen Mund. Okay. Ich habe schon ein bisschen vorher probiert, weil ich natürlich gucken wollte, ob alles gut gewürzt ist. Dadurch weiß ich schon, wie es schmeckt. noch schön heiß. Wie der Name schon sagt, orientalische Hirseteller. Wir haben hier sehr viele orientalische Gewürze drin, also die hier schmeckt sehr zimtig. Und da sind auch Rosinen drin. Ups. Mandeln sind auch drin. Lauter gute Sachen. Genau an orientalischen Gewürzen ist Koriander, Kreuzkümmel drin. Zimt und Kardamom. Aber auch eben Nelke und Chilipulver. Ja. Kleiner, also getrocknetes Gemüse. Also Gemüse ist Kürbis, Zwiebel, Gerotte und Lauch. Fein gehackte Feigen. Ach, das sind die Feigen, das sind keine Rosinen. Sonst sind es die Feigen, die so süß sind, aber sehr, sehr lecker. 2,99 aus dem Bioladen von Antersdorfer. Die Biomühle. Momentan schmeckt mir Zucchini wieder sehr gut. Habe ich wieder Lust drauf. Ich habe immer so meine Fasen, meine Zucchini-Fasen sozusagen. Und das hier ist jetzt ein sehr schönes, eiweißhaltiges Gericht durch den Tofu. Der ja auf der Sojabohne basiert. Und Herse hat auch... Ach nee, Herse... Nee, Herse ist eher kohlenhydratreich. Habe ich verwechselt. Aber sehr lecker. Aber der Tofu hat ordentlich Eiweiß. Ich mag den von Taifun immer sehr gerne. Den klassischen Tofu, röcher Tofu. Wenn ich jetzt wieder so langsam esse, ich weiß nicht, ob ich da noch Kekse schaffe. Sehr, sehr gutes Essen. Und richtig schön heiß noch. Ich weiß nicht, ob du den Dampf sehen kannst. Man brät erst diese trockene Hersemischung an. Mit Öl oder auch mit Zwiebel, wenn man möchte. Und dann gießt man das mit Wasser auf und lässt es köcheln. Sodass die Herse dann gar werden und aufquellen kann. Dauert so 20 Minuten an etwa. Dieses Weitwinkel Objektiv, was ich jetzt habe, ist wesentlich besser für die Mukbangs. Sehr positiv. Es ist so gut im Winter, warme Sachen zu essen. So angenehm für den Bauch, für den Körper. Und auch ein bisschen würzig zu essen. Das wär nicht richtig von innen. Ich denke nicht, dass ich jetzt alles essen werde. Ich merke jetzt schon, dass sich meinen Bauch langsam füllt, weil ich hab von dem ungebratenen Räuchertufe, weil ich ihn auch so sehr mag, wenn er direkt aus der Packung kommt. Ich wasche ihn nur immer kurz ab, weil er in Plastik eingeschweißt ist. Das schmeckt in sich schon so lecker, dass ich den oft auch so schön nasche. Und dann gebraten. Ich muss immer gucken, dass alles gut für euch sichtbar ist. Ich denke, das passt. Ja. Ich war gerade zuvor einkaufen gewesen. Ich hab mir wieder meine leckeren Mangostreifen geholt von NR Bio. Also Rossmann Bio Eigenmarke. Heute auch mal geröstet, dunkles Salz, eine Bio Pistazien. Manchmal hab ich da richtig Appetit drauf auf Pistazien. Zucchini schmeckt richtig süß, sehr lecker. Sehr mild. Den muss ich dann mal waschen. Und den Motten Pfiffi. Moppy Flatsch. Moppy Flatsch. Das Blöde ist, dass man Zucchini oft nicht nochmal gut am nächsten Tag essen kann, weil sie so wapplich ist. Deswegen ist es immer ärgerlich, wenn ich die nicht gleich komplett schaffe, weil ich sie dann meist entsorge. Noch zwei, drei Löffel und dann gehen wir auch schon zum Dessert über. Genau, ein kleines Mukbang heute. Und gebratene Zwiebel ist so lecker am Essen. Du bist so lecker at der Zwiebel zu essen. Und du bist ein Blöde ist so lecker. Ah! Also schon. Läberkörig zu Böden. Ganz einfach das schmerzen. Und dann ist es noch etwas schmerz. Ich habe definitiv genug, ein letzter Löffel. Und jetzt haben wir ja unser Jell-Igien. Aber auch gut, wenn mein Gesicht erst mal wieder fokussiert wird. Nur, dass es jetzt auf einmal dunkler geworden ist. Ich denke, wir probieren die auf jeden Fall. Ich fokussiere kurz wieder auf das Vorderraum. Und dann diese anderen noch. Okay. Dazu habe ich mir extra schon eine Schere vorbereitet. Erst die Seite. Gern den Knuss sprengen, Haferling. Gleich mal riechen dran. Man riecht nicht viel, nur ein bisschen Haferduft. Und jetzt noch mal riecht. Und jetzt noch mal riecht. Riecht auf jeden Fall gut nach Zemt. Jetzt noch mal riecht. Okay, und mein Milchkaffee. Meine schön rosa gesprinkelten Tasse, ich bin definitiv jemand, der gern die Kekse eindumpt in das Heißgetränke. Das machen wir jetzt auch. Erst die Haferlänge. Sie schmecken vollkornig und sind ganz, ja, lassen sich schnell zerkauen, sind weich. Jetzt mal auf zu den Sternchen. Lecker. Die sind auf jeden Fall fest da. Weil, wie gesagt, das eine ist ja Hafer und das andere ist Dinkel. Lass mal gucken, ob bei den Haferlingen noch anderes Mehl bei ist. Nein, tatsächlich nur Hafer. Einmal Haferwollkornflocken und dann noch Haferwollkornmehl. Man merkt auf jeden Fall den Konsistenzunterschied. Wenn ich sagen müsste, welche mir besser schmecken, würde ich sagen, die Konsistenz von den Haferlingen. Aber das Aroma, der Geschmack von den Zimtsternen. Zimtsterne sind ziemlich fest. Also hart. Bisschen wie hart gewordene Kekse. Ich habe Musik im Hintergrund. Sinti-Law Bommage. Sinti-Law Bommage. Ich könnte überlegen, wie der Song heißt. Ich warte auf den Refrain, dann werde ich es wissen. Es gab mal diese richtig gute True Crime Serie oder Serienreihe mit Dirty John und Betty Broderick auf Netflix. Das waren zwei so gute Serien oder Staffeln. Das eine handelt eben von einem Mann, der wie so ein Betrüger war, der sich gerne reiche Frauen genommen hat oder gesucht hat und so getan hat, als wäre er ein Amnesthesist oder Arzt oder so. Ich bin mir nicht immer sicher. Und da spielt auch Connie Britton mit, die Schauspielerin, wer sie kennt. Und sie wurde eben das Opfer von ihm. Sie hat ihn gedatet und er hat sich dann ganz schnell in ihr Leben reingezeckt und wollte sie dann um einige Dollar leichter machen. Und er war echt sehr gestört, der Mann. Also kann ich sehr empfehlen. Dirty John und Betty Broderick ist basierend auf einer True Crime, einem True Crime Fall von einer Frau, die Betty Broderick heißt, aus den USA und die Frau ist immer noch, glaube ich, im Gefängnis. Sie hat am Ende ihren Mann erschossen, weil er sie hat sitzen lassen sozusagen. Also die haben zusammen, also sie, so dieses Typische, was man aus früheren Generationen kennt, die Frau stellt alles hinten an in ihrem Leben. Also selber nicht studiert, keinen Job weiter, großartig gelernt. Und ihr Mann aber immer zur Seite gestanden und ihm geholfen, dass er ein Anwalt werden konnte. Sie hat die Kinder großgezogen, so gut wie alleine, weil er nie da war. Und als sie dann einige Jahre eben endlich die Lorbeeren seines oder auch ihres Erfolges genossen haben, hat er sich dann irgendwann in seiner Sekretärin verliebt, die jünger war, natürlich als die Frau, als Betty. Ja, und dann will er sich scheiden lassen. Und sie hat das alles vorher schon gespürt, dass da was geht zwischen den Beinen und dass sich was anwandt. Und er hat es natürlich immer abgestritten. Ja, und irgendwann lässt er sie dann sozusagen sitzen. Aber sie dreht dann so auch immer mehr am Rad, sodass das ein erbitterter Scheidungskrieg wird. Und eines Tages fährt sie zu ihm hin und erschießt ihn in seinem Haus, in seinem Schlafzimmer und auch die Partnerin. Ich glaube, die war sogar gerade von ihm schwanger, die Frau. Also richtig krass, aber sehenswert, wenn man ein bisschen Sensationslust hat, wie auch immer. Aber viele Menschen konnten sich tatsächlich mit Betty Broderick ja, identifizieren und das nachempfinden. Also gerade natürlich Frauen, wenn die Männer ihre Midlife-Crisis kriegen in ihren 50ern. Und wenn sie dann sehr reich sind und die jungen Küken dann auf das Geld der Männer aus sind und die Männer glauben immer, sie sind es, die die Frau so sehr will, die kaufen sich dann ein Porsche. Macht natürlich nicht jeder, aber das ist so dieses typische Klischee oder Lamborghini oder Maserati. Fühlt sich dann auf einmal wieder wie 20, machen sich natürlich was vor, das ist ja klar. Die Frau kriegt dann vielleicht noch ein paar neue Hopen gemacht, also ein paar neue Bröste. Das war ja so immer dieser Standard bei Dieter Bohlen und seinen Frauen, dass sie immer erst mal Silikon bekommen haben. Das ist so die Standardausstattung, die er seinen Frauen gerne spendiert hat. Nadia Abdel-Farag. Danach dieser eine, mit der er ein Kind hat und die Carina, mit der er jetzt zusammen ist. Alles Silikon. Da wird sich die Frau erst mal ein bisschen zusammengebastelt. So, nach dem Motto. Ja, du hast schon ganz gute Voraussetzungen, im Großen und Ganzen bist du mein Typ, aber wir können dann noch ein bisschen optimieren und ich habe das gehalten. Und natürlich leiden die Kinder sehr unter so einem Scheidungskrieg. Die Kinder haben sich sehr stark von Betty Broderick entfernt und soweit ich weiß, wollen sie auch bis heute nicht viel mit ihrer Mutter zu tun haben. Weil sie es doch ein bisschen zu weit getrieben hat. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass du jetzt auf mein Gesicht fokussiert hast. Ja, aber die sind wirklich gute Kekse. Ich freue mich, dass ich wieder mal eine Alternative gefunden habe. Weil ich jetzt so viele Monate diese Dinkel-Doppelkekse von der Emma mal gegessen habe und irgendwann kann man sie nicht mehr sehen. Weil man aber doch ganz gerne ein Dessert mag, jeden Tag nach dem Essen. Dann ist es doof. Irgendwann immer dasselbe. Dann hatte ich diese Kakao-Haferlinge von Bolzenermühle. Die waren aber eher sehr grob. Also das war wie Vollkornflocken drin. Die waren mir dann doch ein bisschen zu kernig. Kernig, kernig. Und die beiden finde ich jetzt sehr, sehr gut. Ich freue mich. Cheers. Cheers. Cheers, 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 cheers. Ich weiß nicht, ob sie die letztes Jahr schon zur Weihnachtszeit hatten. Aber ich meine, dass die immer oft nur dieses Buttergepäck hatten. Wo ich dann meistens dachte, ah, das ist nichts, das esse ich nicht. Und ich weiß nicht, ob sie die letztes Jahr oder die letzten Jahre auch schon hatten. Aber ich denke, hätte ich das gesehen, hätte ich sie bestimmt schon längst gekauft. Und den Haferling. Genau, 100% Hafervollkorn. Rübenzucker ist das Süßungsmittel hier drin. Und Reissirup. Und dann haben wir noch Sonnenblumenöl. Wie immer natürlich. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Leinöl danach jetzt zu mir nehmen. Um die Omega-6-Fettsäuren des Sonnenblumenöls wieder auszugleichen. Wirklich nicht gesund, leider. Und ich gehöre schon zu den Leuten, die auch essen wollen, um Nährstoffe aufzunehmen. Und nicht nur. Hauptsache, es schmeckt. Mir ist schön wichtig, dass mein Körper auch Nährstoffe kriegt. Und wenn ich schon, sag ich mal, so ein kleines Süßmäulchen bin und ein Opfer. Dann möchte ich wenigstens, ja, gucken, dass das nicht das billigste, schrottigste, also billigste, schrottigste Süßkram ist, den es gibt. Damit fühle ich mich dann ein kleines bisschen besser, wenn ich weiß, dass es Hafer oder Dinkel, weil Dinkel vertrage ich tatsächlich wirklich besser. Ja, und das war unser hoffentlich schönes Mokbang. Ich bin sehr zufrieden mit dem Mokbang. Keine großen Malheure, die passiert sind, irgendwelche Fails. Dadurch nicht so schwer zu bearbeiten, so viele Schnitte im Video. Und noch heiß gegessen, nicht schon abgekühlt. Das ist ja immer ärgerlich, wenn das Essen schon kalt ist. Man fängt dann mit dem Video an. Und leckere Kekse gehabt. Noch ein bisschen Abwechslung im Video als nur das Gericht. Dadurch hatten wir noch so einen gemütlichen Kaffeekränzchen-Moment. Mit Netflix. Mit Dirty John und Betty Broderick. Und ich verabschiede mich hiermit jetzt. Freue mich, dass du hier warst. Lass mich gern wissen, wie du das Video fandest. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und ich sage, tschau tschau. Bye, bye. Arriveder. Au revoir. Au revoir. Ich glaube, au revoir habe ich noch nicht gesagt. So lecker mit Haaren-Sierabon-Avermelde. Auf diesmalen. Nein, nein. Igu. Ich glaube, ich strebe. Ich glaube, ihr Ellenbeth. Chuuuuh. Vielen Dank.